Hallo meine Lieben, hier ist wieder ein neues Video von uns und in der heutigen Folge machen wir zusammen ein Sandwich. Meinst du nicht eher, wir machen das zusammen? Naja, wir machen ja Teamwork. Also ich sag und du machst. So ist das Teamwork. Hm, okay, wenn du meinst. Also aber bevor wir überhaupt zu einem Sandwich kommen, müssen wir erstmal noch das Gewinnspiel auflösen, denn in der letzten Folge habe ich ja ein Gewinnspiel gemacht, wo man ein legendäres Brot gewinnen kann und da müsstet ihr ja einfach nur mit einem Kommentar, nehmt ihr ja dran teil. So und das hat ja alles super gemacht und da hat einer auch wirklich gewonnen und ich gebe dir einfach mal das Brot mit. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Brot, du kannst ja mal sagen, was du damit gemacht hast. Aber ansonsten muss ich mal sagen, ich habe jetzt auch Hunger gekriegt irgendwie jetzt hier. Ich weiß auch nicht, wieso wir mal über Essen reden. Aber heute kann mir ja mal ein Sandwich machen. Ja, dann muss ich erstmal gucken, was wir im Kühlschrank haben, Doc. Ja. Oh, wir haben ja noch eine ganze Menge. Wir haben Brot, Käse, Zwiebeln, Salami, Salat und Ketchup. Du magst Ketchup. Willst du es drauf haben? Hm, ich halte gerne ein Käsesandwich. Aber willst du nicht noch was anderes drauf haben? Ne, ein Käsesandwich. Na gut, aber sag nicht noch mal, du wirst noch was drauf haben, wenn ich sie mache. Nö, mach ich nicht. So, fertig, dein Käsesandwich. Jetzt, wo ich überlege, Zwiebeln und Salami hätte ich auch gern. Aber jetzt habe ich sie fertig gemacht. Ähm, na ja, kannst du nicht noch machen. Na gut, ich hole sie nicht noch. So, jetzt ist aber fertig. Äh, du weißt ja, ich möchte ja gerne noch Salat drauf haben, ein bisschen Grundein muss ja sein. Und, äh, ein bisschen Ketchup wäre auch nicht schlecht. Ähm, aber wenn du das dann nicht isst, ne, ne, dann gehst du hauern. So, jetzt ist es fertig. Äh, das sieht ja aus wie ein Hotdog. Ja, der ist doch lecker. Was glaubst du, woraus das alles entsteht? Mh, Hotdog. Mh, siehste, ich weiß doch, wie schmeckt das. Okay, so, nach den leckeren Sandwichen, die er mir gemacht hat, würde ich sagen, was das Ganze hier von unserer Folge. Wir gucken mal, was wir in der nächsten Folge machen. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein und tschüss. Tschüss. Machst du die Kamera aus? Ne, du kommst doch da lang. Hm. Machst du die Kamera aus? Ja, ich hab, was auch pillarste stakeholder. Ja, ich hab, was. Machst du die Kamera aus? Ja, ich hab, was. Bis zum nächsten Mal.